Wenn du mir gesagt hättest, das ist möglich, wir hätten es nie geglaubt, wir haben immer gesagt, Hauptamt ist ein realitätsferner Traum und heute haben die zwei, beide Vollzeit-Geschäftsführungsposten, haben noch vier Minijobber, haben noch einen Teilzeittrainer, sind total explodiert, haben die Mitgliederzahl verdoppelt, den Haushalt verdreifacht, also super, super Geschichte. Grüß dich und herzlich willkommen beim Sportsmanic-Podcast. Meine Gästin in Folge 425 ist Marte Viktoria Lorenz, Gründerin von Clubtalent seit 2020, ist ein Startup in Berlin, das sich dafür einsetzt, dass mehr Menschen hauptamtlich in ihrem Sportverein arbeiten können, denn wie Clubtalent selbst sagt, Ehrenamt ist wichtig, Hauptamt aber auch. Grüß dich Marte. Hi. Marte, unseren Sportsmanic-Ultra-Hörerinnen und Hörern wird deine Stimme und dein Name schon geläufig sein, denn du warst eine unserer ersten Gäste hier im Podcast, Folge 19, im Januar 2017 haben wir gesprochen, damals noch in einem kleinen Raum in Berlin, da warst du noch bei Fairplayed, Geschäftsführerin, das ist sechseinhalb Jahre her und hast dich um Crowdfunding im Sport gekümmert. Unfassbar. Long time, no see. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke für die Einladung. Es ist wirklich schon so ewig her. Also, ja, unfassbar, wie die Zeit vergeht, aber ich freue mich total, dass ich wieder bei dir sein darf. Die Folge kommt raus zum pünktlich zum siebenjährigen Jubiläum von Sportsmaniac. Wir sprechen Mitte September 2023 und wir blicken heute ein bisschen auf das deutsche Sportsystem. Zuletzt gab es ja eine herbe Enttäuschung, zumindest bei der Leichtathletik-WM gab es keine einzige Medaille für uns. Der Bund will auch im neuen Haushalt die Mittel für den Sport kürzen und in die Zukunft geblickt, fehlt uns wahrscheinlich irgendwann auch der Nachwuchs, um eben in Zukunft auch wieder wettbewerbsfähig zu sein. Wir wollen heute darüber sprechen, woran, in Anführungsstrichen, krankt das deutsche Sportsystem. Wenn es dazu krankt, du kannst mir gerne gleich dazu mehr sagen. Was genau muss ich eigentlich ändern? Welchen Beitrag leistet ihr mit Clubtalent? Und was kann ich oder was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns tun, um eben das zu ändern? Klingt das nach einer guten Agenda? Ja, das klingt nach einer super Agenda. Ich bin dabei. Ja, und ich bin eigentlich auch ein positiver Mensch. Jetzt habe ich aber gerade sehr den Teufel an die Wand gemalt. Zumindest wenn man liest, was da draußen gerade alles passiert und was die Menschen und die Presse darüber schreibt, wie es um den Sport geht, sieht es ja eigentlich negativ aus. Aber ich erlebe dich auch als durchaus positiven Menschen. Was stimmt dich denn zuversichtlich, dass der deutsche Sport nicht gegen die Wand fährt? Zufallsichtlich stimmt mich, glaube ich, immer jedes Mal, wenn ich mit den ganzen Menschen spreche, die im Sport arbeiten. Also wir haben ja sehr, sehr viel mit den Vereinsvorständen zu tun, mit den Ehrenamtlichen, die richtig, richtig Gas geben. Also alle unsere Projekte, vor allem zum Thema Bewegungsmangel, die sich wirklich total einsetzen. Also das stimmt mich total positiv, obwohl ich natürlich auch sehe, dass die Rahmenbedingungen nicht gerade optimal sind für diese Menschen, dass die Infrastruktur eigentlich nicht vorhanden sind, die Ressourcen nicht da sind. Aber immer, wenn ich dann doch diese Stimmung sehe und die Leidenschaft und das Herz, dann weiß ich eigentlich, okay, da gibt es auf jeden Fall noch Hoffnung, sagen wir es mal so. Das Prinzip Hoffnung kenne ich nur zugute, aber darüber wollen wir heute nicht sprechen. Ich habe ja gerade gesagt, eingangs, das deutsche Sportsystem krankt in Anführungsstrichen. Die sportlichen Erfolge bleiben ein bisschen aus. Auf der anderen Seite dein Lieblingssport, die Basketballer werden Weltmeister. Du bist ja selber auch im Verein aktiv, hier in Berlin bei Türkienspor. Und das war, glaube ich, auch der Auslöser, warum du Clubtalent 2020 gegründet hast. Vielleicht kannst du einmal da abholen oder unsere Hörer abholen. Warum bist du bei Fairplay draus, der Crowdfunding-Plattform im Sport? Und warum hast du dein Clubtalent gegründet? Ja, genau. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her tatsächlich. Also bei Fairplay bin ich raus, weil ja, irgendwann will man auch mal wieder neue Projekte starten und zu neuen Ufern gelangen. Ich hatte das ja auch schon jahrelang gemacht. Ich glaube, acht, neun Jahre war ich bei Fairplay und habe dann gemerkt, so langsam kann man auch wieder was Neues. Ich wusste dann zwar noch nicht was, aber ich wusste, ich möchte irgendwie wieder was Neues machen. Genau, hatte dann bei Türkienspor Berlin eben eine Basketballabteilung für Mädchenbasketball aufgezogen. Und da habe ich mir eine Frage gestellt, die tatsächlich dann zu der Idee gekommen ist, die jetzt ja mit Clubtalent dann tatsächlich in Realität umgewandelt wurde. Und die Frage war, was würdest du arbeiten eigentlich, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde? Also wenn du ein Grundeinkommen hättest, du wärst finanziell abgesichert, was würde dich motivieren, trotzdem morgens aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Und das hat mich total überrascht, weil ich komme ja aus der Startup-Welt, die ja eigentlich total hip und trendy ist und so weiter und so fort. Aber ich habe gedacht, ich möchte am liebsten in meinem lokalen Sportverein, ja, ich hätte am liebsten da angefangen zu arbeiten. Das war so der Hintergrund. Aber geht ja nicht. Man wird ja in Deutschland in Sportvereinen nicht bezahlt für die Arbeit. Das heißt schon mal privat, für mich persönlich wäre es nicht möglich gewesen. Ich hätte mir also was suchen müssen woanders oder eine andere Idee umsetzen müssen und dann in meiner Freizeit das machen, worauf ich eigentlich Lust gehabt hätte, was für die Gesellschaft auch viel besser wäre. Und das hat für mich irgendwie, war das dann so ein Systemfehler, dass ich jetzt eigentlich nicht das machen kann, was ich machen will, weil ich dafür nicht bezahlt werde, obwohl das doch eigentlich für die Gesellschaft, für die Kinder, für die Jugendlichen total gut wäre. Und deswegen, das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, hm, was wäre eigentlich, wenn sich hunderttausende Menschen auch hauptberuflich in Vereinen für Kinder, Jugendliche, für den Sport, für die Basis einsetzen könnten? Und diese Frage, wir haben die Antwort noch nicht, wir sind ja dabei, aber das ist das, was mich sozusagen neugierig macht, weil ich will es wissen. Und deswegen sitzen wir jetzt mit Club Talent daran, daran zu arbeiten, dass mehr Menschen das machen können. Was ich zuletzt hier im Podcast beobachtet habe, war mein Gespräch mit Rick Zabel, Profiradfahrer oder auch Sebastian Kienle, Profitriathlet, die beide, jetzt sagen wir, Profis sind, erfolgreich sind, Geld damit verdienen, die aber beide ebenfalls schwarzmalen, was den Nachwuchs angeht in ihrem Sport. Und vieles davon schieben sie auf, ja, die Verbände, die Verbände hier, die Vereine dort, da ist alles irgendwie angestaubt, hier wird nicht gefördert, hier wird eher gefordert, aber ohne viel zu fördern. Ich hatte ja gerade auch schon gesagt, das Sportsystem krankt und du hast auch gerade gemeint, dass du einen Systemfehler entdeckt hast. Was genau ist denn der Systemfehler gerade in Deutschland? Also wir reden ja immer über dieses Thema Wertschätzung, auch wenn es natürlich, auch wenn es um Ehrenamt geht, dass wir da ganz häufig dieses Thema fehlen, der Anerkennung, Wertschätzung, auch dieser Arbeit, des Engagements der Leute, die das ja auch merken und die dann auch sich denken, wie lange soll ich mir das eigentlich noch antun? Eigentlich bekomme ich nichts bezahlt, aber Anerkennung bekomme ich auch nicht. Warum sollte ich das 20 Stunden die Woche machen? Und ich glaube, da auch zu bedenken, dass Wertschätzung auch natürlich Anerkennung ist oder in vielen Formen kommt, aber eben auch finanzielle, also eine finanzielle Wertschätzung ist. Und diese Komponente, dass es auch einfach um Geld geht, die lassen wir irgendwie komplett außen vor oder sehr häufig außen vor im Sport. Das sehen wir bei der Bezahlung von Übungsleitenden, das sehen wir bei wie viel Gelder denn zur Verfügung stehen, wie die Sportstätten aussehen. Ja, das kann ja jeder Verein jedes Mal, wenn ich mit dem Verein rede. Wir haben nicht genug Hallen und wir haben nicht genug Plätze. Das sehen wir auch daran, aber auch auf der anderen Seite, jetzt nicht nur politisch oder von Verbandsseite, sondern auch von der Bevölkerung, was für Mitgliedsbeiträge bezahlt werden für diese so wichtige Arbeit, wo wirklich Menschen mit den Kindern arbeiten. Und ich glaube, da fängt es halt einfach an, dass wir bei der Wertschätzung auch einfach wissen müssen, ist es uns wichtig? Ist der Sport uns wichtig? Dann müssen wir da auch einfach ein Preisschild dranhängen. Und auch, es muss eine gesunde Balance sein. Und ich glaube, da müssen wir einfach anfangen zu merken, dass Wichtigkeit auch was mit Geld zu tun hat und das einfach miteinander zu verknüpfen. Wir sprechen ja gleich noch drüber, was ihr mit Club Talent genau da macht und ansetzt. Ich würde gerne auf eine News zurückkommen, mit der ich mich auch im Vorfeld ein bisschen beschäftigt habe. Und zwar die deutsche Sportjugend hat zuletzt eine Kampagne gestartet, den Freiwilligendienst stärken. Jetzt sprechen wir ja gerade über Ehrenamt und Hauptamt. Ich glaube, da gibt es kein Versus, sondern auch kein Entweder-Oder, sondern beides ist wichtig. Kannst du uns da mal eine kurze Unterscheidung der Begrifflichkeit geben? Und vor allem, warum ist beides wichtig? Genau, also Ehrenamt heißt ja vor allem, dass man sich, ich sage mal, in seiner freien Zeit und auch unentgeltlich für den Verein oder für soziale Zwecke einsetzt. Also unentgeltlich ist da, glaube ich, so das Stichwort. Es ist einfach eine Freiwilligkeit und man ist da sozusagen nicht in einem Verhältnis, wo man auch, ich sage mal, Anforderungen sozusagen gerecht werden muss. Bei Hauptamt geht es schon auch darum, dass man sagt, nee, das ist auch eine gewisse Verpflichtung. Ich habe da eben auch ein gewisses, was zurückkommt. Ich kann das eben auch hauptberuflich, also eben auch die ganze Zeit machen, wenn ich will. Wir haben natürlich auch Hauptamt, wie bei uns ist ja auch, sage ich mal, schon auch bei Teilzeit etc. Aber da gibt es schon noch, man hat andere Anforderungen auch an die Menschen, die natürlich auch hauptamtlich arbeiten, weil die natürlich in einem Arbeitsverhältnis stehen und man da natürlich auch etwas anderes fordern kann. Ich glaube, warum brauchen wir beides? Weil Ehrenamt Grenzen hat. Diese Grenzen sehen wir. Erstens ist es eine zeitliche Grenze. Das sehen wir schon daran, wie viel weniger die Leute ehrenamtlich sich engagieren können, je leistungsgerechter die Arbeitswelt wird. Also es gibt einfach immer weniger Menschen, die Zeit für Ehrenamt haben. Also die Zeitkomponente ist ja da schon eine Komponente. Dann haben wir die zweite Komponente ist ja auch, sind die Menschen dann auch immer qualifiziert. Also da stört das Ehrenamt ja auch an die Grenzen. Ich spreche ganz häufig auch in Vereinen natürlich mit den Handwerkern, die Finanzpläne machen. Und das hat natürlich seine Grenzen, sage ich mal. Weil ja, wenn die nicht ausgebildet sind oder auch bei Trainern, wenn der Papa, Mama noch nie pädagogisch ausgebildet, dann natürlich auf den Platz geschickt werden, dann hat es natürlich, sage ich mal, eine gewisse Grenze. Und wir haben die Grenze vor allem tagsüber. Und das ist, wo ich auch, also alle Vereine, die mit uns arbeiten, die wollen vor allem diese Jugendkoordinatoren, die in die Schulen gehen, die Grundschulligas aufbauen, die tagsüber eben diese ganzen Angebote überhaupt umsetzen können, die man im Ehrenamt nicht umsetzen kann, wenn man Vollzeit arbeitet. Das ist dann sehr, sehr, sehr schwer möglich. Und diese Lücken, die es dann da gibt oder ich sage mal auch die Aufgaben, wo das Ehrenamt auch einfach keine Lust drauf hat oder auch wo das Ehrenamt einfach nicht qualifiziert ist. Vor allen Dingen, wenn wir auch daran denken, dass ja auch Kinder, schwer erzielbare Kinder auch in Vereinen zum Beispiel aktiv sind. Oder wenn ich jetzt auch an das Thema Behindertensport denke, da kann man ja nicht jeden hinstellen und sagen, du mach mal, sondern da brauchen wir auch entsprechend ausgebildete Leute. Und da zu sagen, da gibt es irgendwie eine gute Mischung aus ausgebildeten Leuten, die das aus Steuern führen oder die eben diese Lücken entsprechend schließen und dann das Ehrenamt, das in Spezialgebieten dazukommt oder wirklich sagt, hey, ich möchte mich hier einbringen. Und das ist das, ich glaube, dieses Zusammenspiel ist halt super wichtig. Mir fällt gerade ein Podcast ein, den ich hier mal hatte im letzten oder vorletzten Jahr mit Andi Gscheider von B42, ein Startup, das sich auch einsetzt für den Fußballnachwuchs. Und der hatte mir hier im Podcast erzählt von einer Geschichte, sein Gespräch mit Uli Hoeneß, der gesagt hat, Herr Gscheider, das, was Sie da machen, das ist eigentlich Aufgabe des Verbandes. Warum machen die das nicht? Die Frage geht jetzt auch an dich. Der DOSB setzt sich ein für den Breitensport, klar, aber auch fürs Ehrenamt und Co. Was ist mit dem Hauptamt? Ist das nicht auch Aufgabe des DOSB? Warum müsst ihr das machen? Also ich sehe das tatsächlich manchmal ein bisschen anders. Man kann nicht immer von den Verbänden alles erwarten. Also mit den Verbänden, mit denen wir sprechen, muss man auch sagen, viele Verbände sind übrigens auch ehrenamtlich organisiert. Also jetzt nicht der DOSB, aber wir haben natürlich auch viele auf lokaler Ebene oder auf Landesebene die Fachverbände, die einfach nicht hauptberuflich aufgestellt sind. Also das muss man auch, man kann ja nicht immer sagen, da geht es dann weiter. Und ich bin auch der Meinung, die Verbände, dass die sich natürlich fokussieren auf den Sportbetrieb und die Sportorganisation. Aber wir haben nun mal viele Bereiche, wo aus der Wirtschaft einfach viel mehr, also viel mehr Expertise vorhanden ist. Und man kann jetzt auch nicht von dem Verband erwarten, dass ja Expertise in sämtlichen Bereichen vorhanden hat. Deswegen sehen wir uns da definitiv als Ergänzung und das merken wir auch. Also eigentlich, viele Verbände arbeiten ja mit uns zusammen. Wir haben schon so viele Verbänden, Online-Seminare zu diesem Thema Hauptamt. Die leiten uns die Vereine ganz häufig weiter. Wir haben da Verknüpfungen, Vernetzungen. Also da gibt es definitiv den Willen und auch den Wunsch, obwohl es natürlich ein neues Thema ist. Muss man auch sagen, also viele, ja, für die ist es einfach da Neuland. Man denkt immer an Ehrenamtsförderung, manchmal denkt man auch, wenn man Hauptamt fördert, dass man automatisch gegen das Ehrenamt ist, was überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben so viele Vereine, die wirklich Dutzende Ehrenamtliche gewinnen, ab dem Moment, wo die sich professionell aufstellen, wo die eben auch einen Ansprechpartner haben, die Person eben Aufgabenprofile ganz konkret ausarbeitet, die Leute gezielt anspricht. Also da haben wir unfassbare Ergebnisse, was das Thema Ehrenamt angeht. Und sich da einfach zu sagen, das ist einfach eine Ergänzung und auch manchmal die Erwartungshaltung auch so ein bisschen einzuschränken und zu sagen, es kann natürlich auch nicht ein Verband alles machen. Die müssen sich um Kinderschutz kümmern, um Nachhaltigkeit, die müssen sich um den Sportbetrieb, dann Spitzensport, Breitensport. Die haben ja so viele Themen. Also ich sehe uns da auch ganz häufig einfach ergänzen und dass die sich da Hilfe holen, sehe ich da eher normal. Ich will mal auf Vereinssicht gehen. Ich glaube, jeder oder jede, die zuhört heute hier im Podcast, ist irgendwie in einem Verein engagiert, ob es jetzt als Fan ist oder als Funktionär, vielleicht auch selbst als Jugendtrainer, Jugendtrainerin. Wir alle kennen den Martin, der unter der Woche die E-Jugend trainiert. Wir kennen den Thomas, der kassiert. Wir kennen die Bärbel, die für den Kuchendienst sorgt und das Sportheim aufschließt und Co. Das alles aber ehrenamtlich. Welche Rollen siehst du denn ganz klassisch in Sportvereinen, die man hauptamtlich lösen könnte? Also so wie es wir umsetzen, ist ganz klar im Management. Also wie ich sage immer, die Generalisten, das sind die hauptamtlichen Positionen, die Spezialisten. Da packen wir dann die Ehrenamtlichen sozusagen drauf, weil das spezielle Aufgaben oder fokussierte Aufgaben kann man auch in wenig Zeit umsetzen. Und man ist dann auch irgendwann Spezialist in diesem Aufgabenbereich, auch wenn man es vielleicht nicht hauptberuflich daraus kommt. und kann es dann auch entsprechend, ich sage mal, in einem gesunden Zeitpensum dann auch machen. Also wir gehen ganz häufig auf das Thema Management, Steuerung, Führung als Unterstützung, als langer Arm des Vorstandes, der mehr oder weniger dann sozusagen die Richtung vorgibt und dann die Umsetzung dann organisiert wird. Aber auch Hybrid, sagen wir ja immer so schön. Also vor allen Dingen die Menschen, die koordinativ, aber auch im Sport selber, also Trainer, Trainerinnen, die aber auch gleichzeitig dann im Management unterwegs sind. Wir haben auch Vereine, die dann rein Trainer, also vor allen Dingen, wenn man jetzt sagt, tagsüber Kinder-Jugend-Teams, das kann man dann irgendwann nicht mehr nicht hauptamtlich abbilden. Das haben wir schon auch. Ich empfehle aber immer im ersten Schritt zuerst im Management anzusetzen, weil da einfach die meisten Hebel sind. Wir sehen es ja an den richtigen Entscheidungen, die oben getroffen werden. Das beeinflusst ja die Organisation auf allen Ebenen deswegen, dass man da sicherstellt, dass an der Spitze die richtigen Entscheidungen getroffen werden, da auch genug Zeit vorhanden ist, diese Entscheidungen bestmöglich zu treffen. Das empfehlen wir immer und dann eben im zweiten Schritt auf Trainer-, Trainerinnen-Ebene dann weiter hauptamtlich einzuarbeiten. Gleich geht es weiter mit dem Podcast. Vorher habe ich noch eine Info von unserem Werbepartner, der Uni Münster. Wenn ihr eure Karriere im Sportbusiness starten oder boosten möchtet, dann hört jetzt genau zu. Die Uni Münster bietet allen Führungskräften und Beschäftigten mit Bezug zur Sportbranche drei berufsbegleitende Weiterbildungsangebote im Sportmanagement. Ihr könnt zum einen ein MBA-Studium machen oder in einem Zertifizierungsprogramm eigene Schwerpunkte setzen oder einzelne Expert Days zu Inhalten des Sportmanagements besuchen. Das Besondere, alle drei Angebote schließen mit vollwertigen Universitätszeugnissen an einer der renommiertesten Hochschulen Deutschlands ab. Was ist drin für euch? Top-Professoren und Professorinnen und ausgesuchte Experten und Expertinnen aus der Praxis, Lehrenden in Kleingruppen, die viel Austausch und Netzwerken ermöglichen. Weitere Highlights sind Veranstaltungen im Signal Iduna Park, mein Heimspielfeld, Vorträge von TEDx-Speakern und Größen des Sportbusinesses und sogar ein Sportkurs in einem Klub durch Partner wie Borussia Dortmund oder die Strong Partners. Mein Tipp an euch, wartet nicht lange und bewerbt euch jetzt für die berufsbegleitenden Weiterbildungen im Sportmanagement an der Uni Münster. Und jetzt kommt's, wer sich bis zum 23.10.2023 anmeldet, bekommt einen Einführungsrabatt von 1400 Euro. Und natürlich, für euch Hörerinnen und Hörer noch was Besseres obendrauf, wer bei der Anmeldung den Code SPORTSMANIAC, alles klein, alles zusammengeschrieben, angibt, der bekommt nochmal 5% obendrauf. Alle Infos und den Link zum Angebot von der Uni Münster findest du in den Shownotes oder direkt auf www.weiterbildung.de Dann lass uns doch mal ein paar Beispiele reingehen, weil das klingt jetzt alles sehr theoretisch, was ihr genau macht und wie ihr da arbeitet. Habt ihr ja auch schon bei einigen Vereinen, wenn du so willst, bewiesen. Gib uns doch mal ein paar Beispiele, wo ihr hauptamtliche Stellen geschaffen habt. Bei welchen Vereinen sind das? Geht das schon bei kleinen Vereinen los? Geht das erst ab einer gewissen Größe los? Hol uns da mal ab. Ja, also unser kleinster Verein hat, ich glaube, 65 Mitglieder. Unser größter Verein hat aktuell, die aktuell im Programm sind, 2200 Mitglieder. Also das ist, ich sag immer, es ist davon abhängig, was man will und wo man hin will, nicht wo man jetzt ist. Sondern eher, wo will man hin und braucht man dafür, hat eben auch entsprechend dann die Ressourcen. Also ich nenne jetzt mal die Jade Giants, die mit 90 Mitgliedern gestartet haben, aber die waren ganz klar, die haben auch schon von der eigenen Halle geredet und so. Die waren auf jeden Fall, die wollten auf jeden Fall groß oder wollen groß rauskommen. Was machen die? Basketball? Genau, Basketball. Und die sind auch in einem Brennpunktgebiet und die waren einer unserer ersten Vereine. Und ich sag einfach positiv verrückt. Hatten aber den Mut nicht. Einfach den Mut nicht, diesen Schritt zu gehen. Und wie gesagt, haben dann davon gehört und dann haben wir losgelegt. Und jetzt haben die zwei hauptamtliche Stellen, den Christian im Vereinsmanagement und dann noch einen Trainer, der dann auch noch hauptberuflich dazugekommen ist. Sind viele in Grundschulen, in Schulen unterwegs, in Kitas etc. Und das war deren Traum. Und er war ja vorher in einem Callcenter, der Christian. Deswegen dieser Wechsel von, ich sitze irgendwie am Telefon den ganzen Tag, zu, ich bin in der Halle, ich arbeite mit Kindern. Das war einfach eine super, super Geschichte. Und welche Geschichte ich auch ganz toll finde, ist zum Beispiel Kassel. Kassel auch einer unserer besten Vereine, Vereinsgeschichten. Weil die zwei Jungs waren relativ jung. Ich glaube damals 24 und 29. Johnny und Cedric. Auch Basketball oder andere Sporter? Das ist ein Hauptverein, sozusagen ein Mehrspartenverein mit neun Sparten, waren aber auch im Basketballbereich ganz stark aktiv. Und die haben damals zu mir gesagt, Marte, wenn du mir gesagt hättest, das ist möglich, wir hätten es nie geglaubt. Die haben mir gesagt, Hauptamt ist ein realitätsferner Traum. Und heute haben die zwei, beide Vollzeitgeschäftsführungsposten, haben noch vier Minijobber, haben noch einen Teilzeittrainer, sind total explodiert, haben die Mitgliederzahl verdoppelt, den Haushalt verdreifacht. Also super, super Geschichte. Und genau, also da sind definitiv einige Geschichten von Mehrspartenvereinen, Abteilungen. Wir haben Reitvereine, wir haben Schwimmvereine, wir haben also alles Mögliche. Sehr viel Ballsportarten, weil wir am Anfang sehr viel Zuspruch von den Verbänden dort bekommen haben und deswegen uns dort auch stark verbreitet haben, sage ich mal. Ich glaube, die wichtigste Frage, die ich jetzt gerade habe, ist, wie finanziert sich das? Also wie wird so eine hauptamtliche Stelle auch bezahlt? Schafft ihr neue Einnahmequellen oder habt ihr einen Gönner, einen Spender im Hintergrund, der das alles bezahlt? Oder wie funktioniert das? Es ist natürlich immer ein Mix aus unterschiedlichen Einnahmequellen, aber eigentlich geht es nur mal darum, dass sich der Verein mal drum kümmert. Also immer, wenn wir hören, warum haben wir denn eigentlich kein Geld oder warum haben wir keine Sponsoren oder warum haben wir keine Führeranträge, es macht halt niemand. Und da setzen wir an, wenn wir die Vereine in unserem Programm haben, dass wir wirklich von Anfang an schauen, dass wir ehrenamtlich am Anfang ehrenamtlich die richtigen Leute uns holen und wir haben eine Riesenlücke im sozialen Sektor, nicht nur im Sport, im sozialen Sektor, im Allgemeinen eine Riesenlücke im Vertrieb und im Marketing. Also du hast alle möglichen Fähigkeiten eigentlich im Verein, aber genau diese zwei, also alles, was mit dem Thema Geld zu tun hat, eigentlich Leute zu gewinnen, Kunden zu gewinnen etc. Diese ganzen Gewinnungsprozesse, die von Vertriebler und Verkäuferinnen und vielleicht auch Marketern umgesetzt werden, die fehlt ganz häufig. Und da gehen wir ganz gezielt rein, wir holen uns diese Leute, wir bilden die aus, arbeiten die ein und schicken die dann raus. Und dann kommt es eben dazu, ich habe auch ein Beispiel, der GV Waltrop haben 60 Ehrenamtliche aufgebaut, Abteilungen mit 250 Mitgliedern und da haben halt sieben Leute angefangen, Förderanträge zu schreiben. Viele Leute haben eine Crowdfunding-Kampagne umgesetzt. Ich glaube, sieben Leute sind jetzt gerade dabei, Sponsoren anzusprechen und das ist dann halt einfach ein gewisses Volumen, das dann rausgeht an Menschen, an Zeit, die sich darum kümmern. Und dann fließt halt der Rubel auch, sage ich mal, weil dann kommt auf einmal das Geld halt rein. Und die sind dann auch manchmal überrascht, weil ich sage auch den Vereinen immer, die Kohle liegt auf der Straße rum. Die muss eigentlich nur eingesammelt werden. Wie viele Fördergelder werden nicht ausgeschüttet komplett, weil die nicht beantragt werden, weil man sich darum nicht kümmert. Und da priorisieren wir die Vereine hin, sagen, das ist wichtig, wir müssen uns ums Geld kümmern auch. Können nicht immer nur Sportbetrieb machen, sondern wir brauchen auch diese zweite Seite. Und dann ist es, wie gesagt, ein Mix. Wir arbeiten auch, kann ich aber auch sagen, sehr häufig auch im Mitgliedsbeitrag. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Vereine, die uns kommen, mit 35 Euro Jahresbeitrag für erwachsene Menschen, die jetzt nicht gerade aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen kommen. Und da liegt ein extremes Potenzial. Und da müssen wir natürlich, begleiten wir dann die Vorstände, weil da gibt es viele Ängste, Verlustängste. Wir verlieren unsere Mitglieder dann, wenn wir hier ein bisschen hören. Der Nachbarverein ist doch auch so günstig und so weiter und so fort. Und da gehen wir dann schon richtig tief in die Prozesse rein, weil das ist natürlich für den Verein der einfachste Weg, erstmal auch kalkulierbar Einnahmen zu bekommen, weil alles andere ist natürlich, kommt mal, kommt mal nicht. Wenn man es regelmäßig macht, kann man ja trotzdem damit rechnen. Aber es ist natürlich einfacher für den Verein, wenn die Mitglieder das auch mitfinanzieren und tun sie auch. Kann ich sagen, wir haben letztens erst eine Mitgliederumfrage gemacht. Da haben die Mitglieder aktiv gesagt, hier wird zu wenig bezahlt. Wir wollen hier bitte mehr bezahlen und dafür aber auch mehr Qualität bekommen. Und das ist den Eltern vor allen Dingen auch sehr wichtig, dass die Qualität für die Kinder auch hoch ist. Und dafür sind sie auch bereit, mehr zu bezahlen. Jetzt, wo du sagst, merke ich, glaube ich, ich zahle auch 20 Euro Mitgliedsbeitrag für meinen Verein. Der wird halt einmal im Jahr SEPA-mäßig abgebucht. Aber ich glaube, ich würde sogar auch mehr fördern, wenn ich wüsste, wo das Geld auch platziert wird. Und dass vielleicht auch jemand hauptärmlich dafür da ist, das Ganze professionell aufzustellen und das Sportangebot auch zu erweitern. Was du ja gerade schon gesagt hast, oder auch ein Einführer, und haben wir darüber gesprochen, wer profitiert davon, von euren Maßnahmen? Natürlich erstmal die Vereine per se, aber eins weiter gedacht, gibt es ein besseres Sportangebot, heißt, bessere Talente werden ausgebildet, die dann vielleicht irgendwann den Weg finden zu größeren Vereinen, zu Bundesliga-Vereinen, in den Profisport. Mal die andere Frage, wie können denn, keine Ahnung, Bundesliga-Vereine oder auch größere Vereine denn über Klubtalent vielleicht auch den kleineren Vereinen helfen? Ist das auch möglich und passiert das auch schon? Ja, tatsächlich passiert das schon. Wir sind zum Beispiel mit Sportvernet von Alba Berlin, arbeiten wir zusammen oder auch mit Hannover 96, die uns in ihre Partnervereine, weil natürlich sind die Bundesliga-Clubs ja auch abhängig vom Ökosystem, in dem sie leben. Die müssen das eigentlich bezahlen, oder? Ja, die einfach, wo die lokalen Vereine, die natürlich diese ganze Basisarbeit, Fundamentarbeit eigentlich ja machen, dass sie natürlich auch abhängig davon sind, dass die entsprechend gut aufgestellt sind und auch die Kinder und Jugendlichen gut betreuen, auch gesund betreuen, ja. Da profitieren am Ende des Tages einfach alle, auch die Kinder, die Eltern, jeder profitiert davon, wenn die gut aufgestellt sind, professionell, wenn da reibungslos die Sachen ablaufen. Und genau, und da geht es viel darum, auch einfach zu gucken, wie kann man das den Vereinen näher bringen, oder wie kann man das vielleicht auch unterstützen und fördern? Das passiert durchaus auch, dass dann eben anteilig das mitfinanziert wird, weil wir natürlich, unser Programm ist ja nicht kostenfrei, sondern die Vereine müssen das auch finanzieren. Und da gibt es auch viele Fördermöglichkeiten oder es ist auch viel Netzwerk, also die unterstützen uns auch, indem sie einfach uns weiter vernetzen. Also da gibt es die Möglichkeit sozusagen, da vor allem dann zu arbeiten. Aber auch, wir haben zum Beispiel mit einer Liga, denn die Damen-Basketball-Bundesliga möchte ja auch zum Beispiel sich professionell aufstellen. Ich wusste das ehrlicherweise auch nicht, ich komme ja aus dem Basketball, aber dass sehr, sehr, sehr viele, ein großer Teil der Damen-Basketball-Bundesliga-Clubs rein ehrenamtlich geführt wird. Und da kann man natürlich dann, ich sage mal, es gibt Grenzen, da kann man dann nicht mehr so viel erwarten, was dann auch Zuschauerzahlen angeht etc. Das muss ja irgendjemand organisieren, das Einladungsmanagement etc. Und da fangen wir auch an, jetzt mit den Vereinen zu arbeiten und auch zu sagen, hey, wir können euch da helfen. Da gibt es wirklich so unfassbares Potenzial. Also auch jetzt nicht, vielleicht nicht gerade in der Fußball-Bundesliga, aber wir haben ja auch viele andere Sportarten, wo Bundesliga-Clubs einfach rein ehrenamtlich geführt werden und wo wirklich extremes Potenzial ist, das einfach besser aufzustellen, besser zu vermarkten. Was natürlich dann eine Anziehungskraft auch wieder auf die jungen Menschen dann hat. Und genau, also ich glaube, wie gesagt, alle profitieren am Ende des Tages davon, wenn der gesamte Sektor, wenn der gesamte Sport sich einfach besser aufstellt. Ich finde das extrem unterstützenswert. Gleichzeitig sind wir auch im Business-Podcast und wir müssen auch im Business sprechen, denn auch ihr arbeitet sicherlich nicht fürs Ehrenamt. Da könntest du deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gar nicht bezahlen. Wie sieht denn euer Geschäftsmodell aus? Wie verdient ihr in Anführungsstrichen und damit auch Geld? Ja, mir war das ganz wichtig, dass wir das Ganze wirtschaftlich aufbauen, um auch nachhaltig arbeiten zu können und eben nicht abhängig zu sein von Fördergeldern, weil Fördergelder haben eine Grenze. Du kannst immer nur so viele Fördergelder reinholen oder nur so viel mit Netzwerkpartnern zusammenarbeiten, bis natürlich da auch ein Wettbewerb. Also deswegen war das mir ganz wichtig, dass unser Angebot so gut ist, dass die Vereine das bezahlen, auch wenn sie normalerweise weniger Geld auf dem Konto haben. Und das ist tatsächlich der Fall. Also die Vereine bezahlen das uns. Und das ist ein ganz normaler Coaching-Fees. Wir haben ein Coaching-Programm, zwölf Monate, auch dann mit Anschlussbetreuung. Und dann ist es manchmal, ich sage mal, ihr zahlt auch eure Übungsleiterpauschale, den Trainer. Und wir sind Trainer für den Vorstand. Und da bekommen wir dann sozusagen auch unsere Gebühren. Und wir haben aber auch Förderungen. Also zum Beispiel die Lotte-Sportstiftung fördert unser Programm. Und wir haben weitere Stiftungen. Oder auch manchmal machen es auch die Sparkasse oder die Raiffeisenbank, die dann irgendwie sagen, komm, ich unterstütze das irgendwie. Da gibt es schon einige, die das mittragen, sodass die Vereine das dann auch umsetzen können. Das heißt, ihr könnt damit auch auf jeden Fall eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bezahlen. Habt ihr selber denn Investoren, Investorinnen mit an Bord, die das Ganze finanzieren zum Aufbau? Oder war das von Start weg, Breakeven und du hast dein eigenes Geld reingesteckt? Genau. Ich habe natürlich auch eigenes Geld reingesteckt am Anfang. Es ist sehr schwer am Anfang, Leute zu begeistern, weil man noch kein Proof of Concept hat sozusagen, sondern erst mal mit so einer Idee losläuft. Also ich habe am Anfang natürlich alles selbst finanziert und auch selbst nicht verdient. Mir ist aber auch wichtig zu sagen, wir sind ein Sozialunternehmen. Also das ist nichts hier ausgerichtet, das Ding irgendwann zu verticken an den meistbietenden und da irgendwie die Gewinne groß rauszuziehen. Sondern es geht immer darum, das wieder zu reinvestieren, weswegen wir auch in Verantwortungseigentum uns transformieren wollen, was ja eine neue Rechtsform ist, die dafür sorgt, dass das eben immer dem Zweck der Unternehmung zugutekommt, auch das Kapital, was drin steckt. Nichtsdestotrotz, wir haben auch Unterstützung bekommen, tatsächlich auch, es freut mich auch, dass die Startup-Welt uns unterstützt hat, also dass da auch einige aus der Startup-Welt uns da finanziell unter die Arme gegriffen haben. Was mir wichtig war, weil ich finde diese Brücke von der Startup-Welt in die Vereinswelt extrem spannend, weil beide Welten eigentlich relativ ähnlich am Anfang funktionieren. Du hast kein Personal, du hast fast kein Geld und musst irgendwie versuchen zu wachsen. Und dieses Wissen, was eigentlich die Startup-Welt hat, in die Vereine zu transportieren, das ist eigentlich meine große Mission hier auch, weil ich glaube, dann das Potenzial zu heben, wenn sie diese, wo man einfach mal losgeht, Macht, Fehlerkultur, Anpassungsfähigkeit, die Dinge zu verändern, mal ein Pivot zu machen, so auch mal zu sagen, okay, ich habe hier vielleicht eine Annahme getroffen, die ist nicht eingetroffen, okay, zack, nächster Weg so ausprobieren, Experimenten, Testen, finde ich super spannend, genau. Aber wir haben Investoren und wir suchen auch noch Investoren, also wer möchte, kann sich gerne melden. Wir sind da auf jeden Fall aktuell gerade in der Finanzierungsrunde um das Thema, wir wollen ja 10.000 Vereine transformieren, das macht man nicht eben mal so aus dem Cashflow selbst heraus, sondern wir wollen es auch entsprechend groß aufziehen und deswegen da auch entsprechend uns finanziell ausstatten. Können auf jeden Fall nochmal deine Kontakte an die Show Notes machen. Ich glaube, mit der Energie, wenn du so in den Pitch gehst und Investoren ansprichst, da wird auf jeden Fall der ein oder andere hängen bleiben. Vielleicht noch eine Frage zu den Investorinnen und Investoren. Seid ihr da auf der Suche ähnlich, wie zum Beispiel in Viktoria Berlin, nach einer breiten Masse an Unterstützern, die kleines Geld mitbringen oder vielleicht auch einen großen Namen und die Reputation mitbringen oder wollt ihr lieber was finanziell solides, einen großen Investor, der vielleicht nicht den großen Namen hat oder nicht nach draußen so bekannt ist. Was genau sucht ihr da? Also beides, was ich spannend finde oder auch an dem Viktoria-Ansatz, also mir war und ist es auch wichtig, auch Frauen anzusprechen als Investorinnen und wir wissen auch, dass Frauen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so kapitalkräftig sind, wie es manche eben auf der männlichen Seite sind. Und deswegen war es uns auch wichtig, manchmal Ticketgrößen oder auch Möglichkeiten zu schaffen, dass man auch mit kleineren Tickets dabei sein kann. Und das haben wir definitiv auch, sage ich mal, einen ähnlichen Ansatz. Aber wir haben ja auch größere Unterstützer dabei und auch Unterstützerinnen dabei. Also da bin ich eigentlich offen. Ich glaube, es muss vom Wertesystem her passen. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Und also vieles schließt schon aus, dass wir da nicht exitgetrieben sind. Also die, die jetzt sagen, Mensch, ich möchte hier 10x und bitte demnächst da den Riesen-Exit machen, die fallen bei uns sowieso durchs Raster, weil für die sind wir gar nicht interessant. Aber die, die echt sagen, hey, ich möchte hier zurückgeben an den Sport, ich möchte aber nicht ganz leer ausgehen, sondern es soll wirklich schon ein gutes Investment sein, aber halt nicht so komplett kapitalgetrieben, sondern ich möchte auch was gegen den Bewegungsmangel machen. Ich möchte was für die nächste Generation tun. Die sind definitiv richtig bei uns. Siehst du auch Vereine und Verbände als Investoren? Gute Frage. Bei Verbänden bin ich eher so auf Multiplikatoren-Seite unterwegs. Ich glaube, Verbände können uns nachhaltiger unterstützen, wenn sie das Thema mit inhaltlich treiben, weil wir natürlich neu sind mit dem Thema und dann auch Pionierarbeit. Also da ist der Wert größer aus meiner Sicht, wenn sie das ganze Thema inhaltlich mit treiben, das ganze Thema mit verbreiten und uns natürlich dann eher, ich sage mal, Kundschaft verschaffen, weil das ist ja auch eine Form der Finanzierung, wenn wir Umsatz machen. Das ist für mich eigentlich immer der beste Weg, Geld zu bekommen, ist Umsatz zu machen. Deswegen sehe ich das da, glaube ich, eher auf Multiplikatoren-Ebene und da inhaltliche Unterstützung. Genau. Und bei Vereinen, also wie gesagt, wir haben ja da die Unterstützung auch durchaus bekommen, jetzt beispielsweise über die Initiativen von Alba Berlin oder auch weiteren Clubs, die dann auch wirklich sagen, wir unterstützen das, indem wir die Vereine damit fördern etc. Also das sehe ich ja auch als eine Form des Investments an, auch wenn es jetzt nicht direkt als Anteil ist. Wir haben uns heute viel über Ehrenamt, über Hauptamt gesprochen, über den Breitensport, Spitzensport. Ich fand das sehr erfrischend, auch mit deiner Energiemarte, wie du da an deinem Thema arbeitest. Deine Passion merkt man auf jeden Fall hier im Podcast. Ich hatte aber auch anfangs gesagt, wir wollen heute darüber sprechen, was denn jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns tun kann. Jetzt hast du über Vereine gesprochen, über Verbände, was können Investoren machen. Wir haben einige, die zuhören, die arbeiten jetzt schon bei Profivereinen, bei Sponsoren, bei Dienstleister im Sport. Das klassische Sportbusiness, das auch auf Spobis rumrennt. Was können denn hier jeder Einzelne tun, um vielleicht entweder euch oder auch das Thema Breitensport zu supporten? Also erst mal, wenn man bei sich selber anfängt, ich glaube, jeder von uns hat einen lokalen Jugendverein oder irgendeinen Verein, wo man selbst aktiv ist und dieses Thema einfach mal zu platzieren ist. Muss nicht mal unbedingt Clubtalent sein, aber einfach dieses Hauptamtthema. Habt ihr jetzt schon mal darüber nachgedacht? Weil viele Vereine haben einfach noch nie darüber nachgedacht. Dass wirklich die kommen, ich könnte auch dafür bezahlen. Hm, stimmt. Ist ja auch möglich. Also dass die überhaupt mal auf die Idee kommen, das ist ganz wichtig, weil wir sind natürlich da als, ich sag mal, First Mover jetzt da unterwegs und da kann man uns schon extrem unterstützen, indem wir da nicht mehr ganz den Weg so anstrengend breiten müssen. Und dann ist, glaube ich, das Thema einfach auch zu sagen, wie kann ich das supporten vielleicht? Also wenn man jetzt sagt, als Unternehmen oder auch als Club, entweder durch Verbreitung, wir machen auch viel mit anderen Playern aus dem Markt, weil man einfach sagt, du, Newsletter-Kooperation, wir machen vielleicht auch irgendwelche, irgendwelche gemeinsamen Aktionen, um das ganze Thema zu unterstützen. Also da haben wir sehr viel auch von, zum Beispiel Tools, die aus dem Sportbereich kommen, etc. Dann Geld ist natürlich immer gefragt. Die Vereine müssen das ja finanzieren. Also wenn man dann auch sagt, du, ich mache hier auch vielleicht irgendwie eine Kampagne draus und wir fördern jetzt mal lokal da 10, 20 Vereine, dass die diesen Weg gehen können, ist natürlich immer ein Thema. Genau, ich glaube, das sind so Wege. Und ansonsten gerne verbreiten. Also ich kann immer nur sagen, und das ist, als Startup-Gründerin kann man uns, glaube ich, am besten unterstützen, indem man dieses Thema auch in die Köpfe bekommt. Vor allen Dingen, wenn man so ein First Mover ist, es ist einfach anstrengend, erst mal diese Pionierarbeit zu machen. Und wenn man da nicht die einzige Person ist, die da manchmal den Samen säen und immer wieder gießen muss, sondern wenn es auch von anderen Seiten kommt und man auch einfach sagt, hey Leute, überlegt doch mal, das ist okay. Ich finde auch wirklich dieses, es ist okay, dass dafür auch bezahlt wird. Also auch wenn man Mitglied ist in einem Sportverein. Ein Mindset-Thema auch, ne? Genau, wenn man Mitglied in einem Sportverein ist, seinem Vorstand zu sagen, hey, ich finde das total okay, dass unsere Trainer angemessen bezahlt werden. Ich finde das total okay, dass unsere Vereinsvorständin auch Geld dafür bekommt. Weil die ja ganz häufig denken, bin ich dann ein böser Mensch? Ich habe Geld genommen für etwas, was ja eigentlich gemeinwohlorientiert ist. Und wenn man da sozusagen den Leuten diese Angst nimmt und auch wirklich sagt, hey, ich finde das gut. Ich finde das gut, wenn die Leute auch bezahlt werden, wenn die Ferge bezahlt werden. Das ist wichtig. Das ist wichtig für uns als Gesellschaft. Das wäre mir fast am wichtigsten, muss ich sagen. Alles andere kriegt man dann auch durch gute Angebote hin. Aber dass man einfach auch diesen Wegbereiter, dass man da unterstützt, das fände ich super. Da würde ich mich freuen. Also gerne bei LinkedIn, Instagram. Wir sind da aktiv. Teilen, vernetzen. Wollte ich gerade fragen, wo man euch am besten erreichen kann. Also wir sind vor allen Dingen LinkedIn und Instagram sind wir unterwegs. Alle anderen Kanäle würden wir, glaube ich, irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt nochmal ausprobieren. Mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, sind das gerade die zwei Kanäle vor allem. Und Newsletter natürlich. Ja, und ich kann abschließend noch sagen, was auf jeden Fall auch sinnvoll ist, wenn ihr jetzt gerade jemanden im Kopf habt, der auch das Gespräch mit Marte einmal hören sollte, leidet auch gerne mal den Podcast weiter zu Vereinen, zu Spitzenvereinen, zu Breitenvereinen, wo auch immer dieser Podcast, diese Inhalte vielleicht für eine Wirkung sorgen, damit wir eben das anfangs angesprochene düsterne Szenario im deutschen Sport nicht bekommen. Marte, vielen lieben Dank, dass du heute da warst, jetzt nach sechseinhalb Jahren. Ich würde sagen, so lange wartet man nicht mehr. Die Frage ist, ob es so lange unseren Podcast noch gibt. Und ach, du weißt ja nie, wo es in Zukunft hingeht. Die letzten Worte gehören dir. Was liegt dir noch abschließend auf dem Herzen? Mir liegt auf dem Herzen, dass wir alle uns dafür einsetzen, dass wir unsere Basis, unser Fundament erhalten. Ich kann es wieder nur mitgeben, wenn man mit diesen Menschen redet, die sich da wirklich drei Kinder zu Hause haben und da noch 20 Stunden pro Woche sich einsetzen für die Vereinswelt. Ich glaube, diese Menschen brauchen unsere Unterstützung und ich würde mich einfach total freuen, wenn wir alle uns da zusammentun und diesen Menschen die Rahmenbedingungen schaffen, dass die bestmöglich ihr Engagement umsetzen können. Word. Vielen Dank, Marte-Victoria Lorenz, Gründerin von Club Talent. Vielen Dank fürs Reinhören und bevor ihr geht, hier noch meine persönliche Podcast-Empfehlung für euch. Wie politisch darf der Sport sein? Oder wie inklusiv ist die Gaming-Branche? Das sind nur zwei Themen und Fragen, die im Podcast Versprochen, dem Kongster-Podcast zum Thema Fairness, beantwortet werden. Ganz nach dem Motto, für mehr Fair werden im Podcast Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten in den Bereichen Gesellschaft und Kultur, Wirtschaft und Politik sowie Sport aufgedeckt. In jeder Folge warten spannende Gäste wie unter anderem Content-Creator und E-Sportler Niklas Lugensland, Welterhüterin Almutschuld oder Rollschuhfahrerin Umi Janta auf euch. Hört gerne mal rein und abonniert den Podcast Versprochen. Überall, wo es Podcasts gibt, den Link findet auch mal in den Shownotes. Ciao, ciao! Der Sportsmaniac-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios. Los! Los! Vielen Dank.